Aber im Ernst, Leute, herzlich willkommen zur 63. Folge von Presseschlau. Es tut mir leid, okay? Ich verspreche, das ist hier alles pure Übertreibung, pure Satire. Wir bei Massengeschmack würden uns nie über Frauen lustig machen. Das sind auch Menschen. Wir lieben Frauen. Wer mit seiner besseren Hälfte nur via WhatsApp kommuniziert, der hat definitiv ein Problem und dem rate ich, seine Beziehung nochmal zu überdenken. Sorry. Der kann ihr ihm nun den gesamten Verlauf mit all den romantischen Texten und Fotos als gebundenes Buch schenken. Oh mein Gott, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Da sitzt man dann wie die beiden auf dem Sofa, liest sich den Scheiß durch, den man dem anderen versprochen hat, nur weil man mit seinem oder ihren Geschlechtsorgan den ersten Kontakt machen wollte. Und für Männer ist das doch die Hölle. Frauen vergessen eh schon nichts. Und da soll man sich nur noch sowas zulegen, wo sie das immer ganz genau nachschlagen kann? Denn Ideologie vernebelt den Blick auf die Realität. Was nicht sein darf, ist nicht. Asylbewerber, die wir als Flüchtlinge willkommen heißen, entpuppen sich als frauenverachtende Kriminelle. Oh ja, das ist die schlimmste Art von Kriminellen, die frauenverachtenden. Davon aber abgesehen klingt es, als hätte er seine Kolumne aus dem gleichen Baukasten zusammengesetzt, aus dem auch das islamophobe Webportat Politically Incorrect seine Texte zusammensetzt. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Asylbewerber, in Anführungszeichen, übertriebene politische Korrektheit. Dass diesen Leuten ihre eigene Phrasen nicht mittlerweile selbst zum Hals raushängen, wundert mich doch sehr. Aber ich nehme an, als Schwuchtel ist es nicht weit her mit dem Würgereflex. Ist deine Person ein echter Mensch? Ja. Ist deine Person männlich? Ja, sehr sogar. Trägt deine Person eine Brille? Ja. Hat deine Person eine erfolgreiche Internetshow? Ja. Wer zum Teufel ist Alexi Beksi? Wer zum Teufel ist Alexi Beksi? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020